So, dann wollen wir mal gucken, wo hier Calaveras sich verkriecht. Kann ja gar nicht so weit weg sein. Wahrscheinlich ein paar Meter laufen. Und dann haben wir ihn auch. So, dann muss ich hier wieder drüber her. So. Eine Kiste. Kisten sind immer schön. Kriegt man immer Zeug. Wenn auch manchmal zu wenig. Viel von den Dingern. So, ein bisschen Gesundheit dazu. Da ist noch eine Kiste. Nehmen wir natürlich auch noch mit. Und wieder 5 Erz dabei. Und wieder ab nach oben. Mit dem Lift. Das war viel leichter als frei zu steigen. Wieso ist immer da keine Apple drin? So. The Ravens who seemed everywhere all the time. Where did they hatch from? Were there giant Raven hatcheries somewhere? Or did they have families? He didn't want to think about Raven mummies raising their darling Raven chicks. Yeah, Calaveras would help. He would make Renato feel better about using the Skyripper. And then Renato wouldn't have to worry about Ravens ever again. Ja, mein Gott. Es ist voll von Sternen. Das war klar, ey. In den Kisten ist ja auch nie was drin. Also in diesen komischen Vasen oder so. Das ist ja auch nie was drin, was man dann, äh. Verheilung nutzen kann. So, hätten wir das. Noch keine Heilung. Inputs hat Schwert tauschen. Ähm, dieses hier. Wird jetzt auch nicht so viel gebracht. Nicht wirklich. Aber wir sind jetzt schon mal ein Stückchen weiter. So, weiter nach oben. Noch eine Kiste. Mit einem Splattertyp. So, sind wir aufgeräumt hier. Kiste. Wasserextrakt. Ah, auch gut. So, weiter geht's mit dem Lift. Noch weiter nach oben. Da ist ein Portal, was ich nicht benutzen kann. Da kann ich drüber her. Oh. So, nehmen wir an das Feuer Schwert. Muss ich jetzt da hin? Auch wieder nix drin. Ich kann da hinten aber rüber. Sollte ich vielleicht mal rüber hergehen. Das ist bestimmt noch eine Kiste. Tatsache. Kiste. Die holen wir uns natürlich. Zack. Jetzt können wir da oben hoch. Muss man ja immer haben. Sämtliche Kisten am besten aufsammeln. Wenn man alles am Material kriegt. So sind ja ein bisschen so ein paar Äpfel oder sowas drin. Ist da gar nix drin. Ja toll. Zehn Energie. Und ein Apfel ey. Das bringt es jetzt auch. Quasi gar nix. So hier. Ein bisschen mehr. So ein bisschen mal drin. Und noch zu wenig. Kann ruhig mal ein bisschen mehr drin sein. So mehr war da eh nicht. Ist auch wieder nix. Nix drin. Da ist noch was. Energie. Gesundheit und Energie. Ja komm dann. Aber eben das Heelsschwert auspacken. Check. Flexible. Check. Was hast du den Ebenisort? So Feuerschwert. Und weiter nach oben. Energie. Rann damit. So hier wieder drüber her. Oh. Hey da komm ich auch lang. Da war ich noch gar nicht. Ich hab ja jetzt ein Eisschwert. Ich hab ja jetzt ein Eisschwert. Ich öffne mal das Ding noch mal. Gucken wir mal da hinkommen. Da waren wir ja noch nicht. Also gehen wir da mal hin. Wo geht denn das Ding jetzt hin? Bist du ganz nach unten oder was? Ah ne nicht ganz. Bis hier. Was hat denn da? Lesen. Liebe Zenobia. Erinnerst du dich an das Expeditionsteam, das ich in die Tiefen unterhalb der Inseln gesandt habe? Sie sind gut wieder hier angekommen. Naja. Drei Schiffe von den acht, die ich aussandte, sind wieder angekommen. Natürlich traue ich um die Verluste, aber die Kenntnisse, die die Überlebenden zurückgebracht haben, sind von unschätzbarem Wert. Was sie erlebt haben, trotz jeder Beschreibung. Die Luft wird immer dichter und turbulenter, bis sie zum knochenbrechenden Gewitter wird, das fast zum Ersticken führt. Aber die Inseln. Die Inseln dehnen sich unter der Oberfläche kilometerweit aus. Und sie haben Wurzeln, die sich nach unten strecken, weit jenseits der Sicht. Die Inseln leben. Das ist der Beweis, auf den ich gewartet habe. Die dicke Luft der Tiefen lässt sie sozusagen schweben. Und dort unten in der Tiefe finden sie Nahrung. Haben sie ein Bewusstsein? Sie sind sich unserer Existenz bewusst? Oder sind wir nichts als Parasiten, die sie ignorieren und tolerieren? Ich muss eine weitere Expedition vorbereiten. Diesmal gehe ich selbst mit. Ich muss diese wunderbare Welt des endlosen Himmels der Tiefe einfach mit eigenen Augen sehen. Ich hoffe, dass du mich von meiner Abreise besuchst. Ich würde gerne mehr über deinen neuen Freund Renato erfahren. In Liebe, dein Vater. Ah ja. Okay. Komme ich da hin? Äh, da komme ich nicht zurück. Was haben wir hier denn noch? Aktivieren. Oh, mach mal ein Ding wieder zu. Achso, da komme ich da drüber her. Sicher drüber her. Ach nee. Oh, okay. Das war gut, wenn du mit deinem Gehirn verletzt hast. Hexenmeister können Gegner verbessern und heilen verbesserte Rahmen sind sehr gefährlich alles klar ja ich merk das schon an die besser sind ja das war klar der bist ja fast fertig war so ein Idioter an und der haut einen noch einmal egal noch mal diesmal vernünftig hoffe ich doch ich habe ein Eis schwer wieso benutze ich das eigentlich nicht äh sind die weg ok ich hätte da noch mal Platz gemacht aber wenn sie schon von alleine verschwinden hat nicht ah ein Juwel und noch ein Juwel ja das ist schön können wir nämlich ähm wieder ausrüsten wenn ich natürlich äh mal wieder so ein Altar finde Renato fragte ob seine Zukunft selbst diese Polen zu verabschieden hat ja ok hier läuft ja ein Hebel ey boah Typ ey musst du die Linger kaputt schlagen so und jetzt kannst du das Ding wieder hoch machen Renato hat einen Freund für den Skyrim oh so so muss man doch eigentlich bald da sein oder nicht so langsam mal boom was boom so zack hier die machen wir noch kaputt nix drin hier noch was drin äh auch nix zu holen ah hier das habe ich gesucht was nehmen wir denn mal ach den habe ich noch gar nicht ausgewählt hier kein Wunder da nehme ich nämlich erst mal weil dann ähm kann ich nämlich direkt das Schild wegziehen dann kann ich direkt umhauen da ist er Calaveras hat niemals ihn zu verabschieden ja natürlich kann ich es besser machen aber wenn Renato erklärte über die Stringen Calaveras wurde sehr glaubhaft oh strange you say well the Arcana do speak of the ties that bind the world he drew many intricate symbols in the dirt yeah so um according to my calculations each time you fire I'm afraid there's a 1 in 120 chance you'll destroy the universe that's pretty good odds that's like rolling what 21 dice and they all come up six what are the odds of that what no it's more like 2.716s in a row anyway with those odds it won't happen if I use it just once no no this no no that's not right each time you use it okay look just don't use it ever all right I guess as he sailed away from the mountains Renato could see clouds darkening rain no ships imperial ships swarming thick as bees this was it a big battle they could not afford to lose this one what if it did not go well what if he had to use the skyripper could he gamble the universe on the other hand what were the odds of rolling 21 sixes in a row yeah it's very unlikely that you have 21 sixes in a row so that is uh no that doesn't work except that you have to push probably but that's like that no no chance the battle was not going spectacularly well what are the rebels been thinking they'd been thinking he would bring the skyripper or the iblis stone or that he'd sideline zenobia somehow or turn her couldn't he use the skyripper just once after all if chances were 1 in 128 that meant he'd for sure be okay the first time they get worse each time he used it but the first time would be okay right he wasn't sure that it was right so he didn't fire the skyripper he just brought it along in case hold on the clock man ey when you then skyripper on the emperor yeah first time I have to have my jewels here on the list I have to have the I have to have found I have to have the Widerstand against the körperlichen Schaden I have to have and then we have already another Fassung out I have to have elementar ausgerüstet juwel auswählen I have to have another Fassung so geht auch nicht ach so so ich habe den doppelt gefunden ach so stufe 1 die habe ich ausgerüstet da habe ich wahrscheinlich zweimal aufgesammelt oder ich habe davon eine andere stufe gefunden ach ja ok kann ich immer mit die schwerter machen ne da fehlt mir noch Erz für ja ok wenn man dafür Erz fehlt dann müssen wir mal so weiter doch